Mein Corona-Fallwesen ist klein und flauschig, sehr schüchtern, fast naiv. Er versteht immer noch nicht, warum die Leute so viel Angst haben von ihm. Und die Farbe ist von durchsichtig bis leuchtend grün. Lieblingsmusik für ihn sind Kinderlieder, er hört sich gerne Kinderlieder. Und ist ein Einzelgänger. Lieblingstheaterstück, Opern. Er hört sich gerne Opern mit großen Chor, wie AIDA, wo viele Menschen laut singen mit viel Aerosol in der Luft. Er maskiert sich nicht. Tanzt total gerne, vor allem wenn er in die durchsichtliche Fasur ist, die man sieht. Und ist total gerne Fleisch. Ich bin dabei bei dem Tango-Theaterprojekt 1,5 Meter Umarmung. Es geht um Begegnungen, Beziehungen, Liebe, Näh, Abstand und Umarmung. Kunst ist existenziell wichtig, weil die Nahrung für die Seele ist. Und in dieser Zeit, wo alles dreht um Gesundheit, sollte man verstehen, dass Gesundheit weit mehr ist als ein negativer Corona-Test. Und dafür muss man Kunst sichern. Kunst ist menschenregend.